Und hier können natürlich auch die Auflagen diesbezüglich deutlich verschärft werden. Auch das wird natürlich dazu führen, nicht dass Wohnen billiger wird, sondern dass Wohnen noch teurer wird. Hi Leute! Für Immobilieninvestoren gab es aus Mallorca, aus Palma, eine schlechte Nachricht. Denn die spanische Podemos-Partei, die links gerichtet ist, hat praktische Enteignungen von Immobilienbesitzern durchgeführt auf Mallorca. Die Enteignungen waren zwar jetzt keine faktische Wegnahme der Immobilie, aber sie hat Banken und Vost, die Immobilien lange leer gehabt haben, gezwungen, diese als Sozialwohnungen zu vermieten, zum ungefähr halben Mietpreis. Das heißt jetzt keine klassische Enteignung oder keine Zwangshypothek, aber doch ein sehr deutlicher Eingriff in die Eigentumsrechte, nämlich sowohl die Verpflichtung zur Vermietung und auch die Verpflichtung zur Vermietung zu sozial verträglichen Mietpreisen, das heißt ungefähr die Hälfte der Marktmiete. Und auch in Deutschland und Österreich gibt es immer wieder neue Diskussionen über weitere Mietregulierungen, weitere Immobilienregulierungen. Manche sprechen tatsächlich schon von Enteignungen, wenn man sich das sehr linke politische Spektrum anschaut, große Wohnbaugesellschaften enteignen, der Mietendeckel in Berlin und vieles andere. All das zeigt, dass durchaus aus regulatorischer Sicht einiges an Wolken oder vielleicht sogar Gewitterwolken am Horizont auftauchen. Und in diesem Video möchte ich euch die verschiedenen Arten der möglichen Regulierung vorstellen, welche Möglichkeiten der Staat alles hat, Immobilienentwickler, Immobilienbesitzer entsprechend zur Kasse zu bitten oder in ihren Rechten zu beschneiden, was realistisch ist und was nicht und wie man als Anleger sich sowohl darauf vorbereiten kann oder als Profi-Investor sogar davon profitieren kann. Der Mietendeckel in Berlin hat zumindest mal eines gezeigt, die Politik und der Staat hat Krallen. Und auf jeden Fall war es nicht angenehm, die Preise für Immobilien, die vor 2014 gebaut wurden in Berlin, sind tatsächlich gefallen, weil natürlich du nicht mehr so viel für die Miete verrechnen kannst, du musstest bestehende Mieten senken, es gibt relativ strenge Strafen darauf, es gibt auch wenige Umgehungsmöglichkeiten und auch wenn der Berliner Mietendeckel erst noch in Karlsruhe entschieden werden muss, zeigt es euch, da drohen uns einiges an Problemen. Und ein Mietendeckel oder auch eine Verschärfung der bereits bestehenden Mietenbremse in Deutschland oder auch eine allfällige Veränderung beim MRG in Österreich sind etwas, was nicht nur in der Theorie da ist und das gehört auch zu den strengsten Waffen, die die Politik hat. Einfach die Miete nach oben deckeln. Du darfst nicht mehr verlangen als die Größe X. Das ist etwas, was natürlich den Ertrag der Immobilie schmälert und natürlich dann auch per Definition den Wert der Immobilie schmälert. Es führt natürlich nicht dazu, was sich die Politik vorstellt, dass mehr leistbarer Wohnraum vorhanden ist, sondern es führt am Ende dazu, entweder, dass mal das Angebot an verfügbaren Mietwohnungen, die diesen Mietbegrenzungen unterliegen, drastisch verknappt ist. In Berlin waren es ungefähr minus 60 Prozent. Es führt dazu, dass die Mietpreise für Wohnungen, die nicht dem Mietendeckel unterliegen, explodieren. Also in Berlin beispielsweise für Neubauwohnungen, die nach 2014 errichtet wurden. Es führt dazu, dass leere Wohnungen circa 20 bis 30 Prozent teurer werden als vermietete Wohnungen. Weil leere Wohnungen kannst du an den Eigennutzer auch verkaufen. Während du vermietete Wohnungen natürlich nicht an den Eigennutzer verkaufen kannst. Es führt dazu, dass einkommensschwächere Leute natürlich noch schwieriger sich tun, eine Wohnung zu bekommen, wenn es ein geringeres Angebot gibt und sich der Vermieter aussuchen kann. Wenn er nimmt, nimmt er natürlich nur die Leute mit der besten Bonität, die die geringsten Probleme machen und nicht den, der vielleicht etwas fragwürdig ist. Und wenn das Angebot zurückgeht, ist natürlich bei gleichzeitig konstanter oder sogar steigender Nachfrage ist klar, dass die Leute, die eine schlechte Bonität haben, crowded out sind, das heißt aus dem Markt fallen. Und zusätzlich bahnt sich der Markt natürlich trotzdem Wege. Und die mögen nicht legal sein und vermögen sogar unter Strafe stehen. Aber in fast allen Märkten, wo es bis jetzt Mietenbeschränkungen gab, von San Francisco bis New York bis Wien bis Stockholm, hat das dann halt dazu geführt, oder auch in Deutschland in den 70er Jahren, wo es sowas gegeben hat, dass diverse Ablösezahlungen oder vergleichbare Zahlungen verlangt werden. Weil wenn jetzt beispielsweise 100 Leute eine Wohnung wollen, kann es sogar sein, dass der Mietinteressent, der sie haben will, der das Geld hat, hingeht dann zum Makler oder zum Eigentum und sagt, wie viel will ich es haben, gib mir die Wohnung und fertig. Und dann tauschen halt vielleicht mal 20, 50 oder 70.000 Euro den Besitzer und die Wohnung hat der, der am meisten bezahlt. Das ist das, wie sich am Ende der Markt seinen Weg bahnt, wenn es zu wenig Angebot gibt und zu viel Nachfrage. Und das Problem ist natürlich, es bringt vieles in die Illegalität. Es führt auch am Ende dazu, dass in Gebäude nicht ausreichend investiert wird. Es führt zu Preisverschiebungen zwischen vermieteten leeren Wohnungen, was natürlich auch für Profi-Investoren, beispielsweise Experten in Themenbereichen wie Entmietungen und Ähnliches sind. Natürlich lässt sich damit viel Geld verdienen. Es führt auch zu einem härteren Markt, mehr Kampf um Mietwohnungen, mehr Kampf mit den Mietern, über Entmietungen und so weiter. Aber diese Sache mit so etwas muss man in der einen oder anderen Form rechnen. Meine Erwartungshaltung ist nicht, dass der Mietendeckel hält. Ich glaube, der ist fast zu scharf und ein zu scharfer Eingriff in die Eigentumsrechte. Aber wer sich jetzt zu früh freut, wenn man die Mietenbremse noch etwas verschärft, vielleicht die Durchrechnungszeit einmal erhöht, vielleicht auch sagt, dass bei jeder Neuvermietung der Mietpreisbremse gilt, nicht nur bei Neuvermietungen, wo die Altmiete unter dem ortsüblichen Mietenspiegel liegt und vieles mehr, dann kann man auch hier dem noch einiges an Krallen hinzugeben. Und das wird unweigerlich dazu führen, dass am Ende der Cashflow aus den Immobilien weiterfällt. Und die Renditen natürlich dann auch geringer sind. Der nächste Punkt, wo man auch aufpassen muss, das ist nicht das Einzige, was sich der Gesetzgeber einfallen lassen kann. Ein weiteres Thema ist das Thema Grundsteuer. Die Grundsteuer ist ja etwas, die in Deutschland ein marginales Thema ist. Es ist irrsinnig gering und wird auch noch vom Mieter bezahlt. In Österreich genauso. Und die Grundsteuer ist aber nicht überall auf der Welt so gering. Beispielsweise in Amerika, in einem hochkapitalistischen Land, ist die Grundsteuer bis zu 2% und nicht nur vom Kaufpreis, sondern sogar vom behördlich geschätzten Marktwert. Und beispielsweise, wenn die Behörden jetzt plötzlich sagen, die Grundsteuer kann nicht mehr auf den Mieter umgelegt werden und die Grundsteuer muss vom Vermieter bezahlt werden und wir erhöhen sie beispielsweise auf ein halbes Prozent oder ein Prozent des Kaufpreises, was durchaus eine Möglichkeit ist oder irgendein anderes Instrument, um eben hier mehr Einkünfte zu erzielen, würden sich natürlich auch die Erträge der Immobilie reduzieren. Und dadurch, dass die Grundsteuer den Gemeinden in Deutschland zufließt und die durch Corona ja praktisch bankrott sind, ist das durchaus eine Möglichkeit, wieder Geld in die kleinen Gemeindekassen zu spülen. Natürlich, je nachdem wie das gestaltet ist, wird es dann verschiedene Challenges vor Gericht geben, das heißt, wir versuchen das wieder nach Karlsruhe zu bringen und wenn das vielleicht der Kaufpreis, ist ja auch immer eine Frage, wie stellst du den Wert an Immobilien fest, kannst nicht über alle Immobilien Gutachten nehmen, nimmst du dann den historischen Kaufpreis, das sind die, die vor 10 oder 20 Jahren gekauft haben, natürlich bevorzugt und vieles mehr, das heißt, es kann noch viele Probleme in der Umsetzung geben, aber genauso wie beim Mietendeckel oder eine Mietendremse ist das eine Möglichkeit, die uns in Zukunft drohen kann. Und auch hier, je nachdem wie es gestaltet ist, gibt es natürlich auch mehrere Umgehungsmöglichkeiten, hängt am Ende vom Gesetzgeber ab. Ein weiterer Punkt, den man nicht unterschätzen darf, ist folgendes, nämlich den sogenannten Green New Deal, der sowohl von der EU als auch von Amerika entsprechend jetzt gepusht wird und sowohl die Bauwirtschaft, aber natürlich auch die Immobilienwirtschaft, also Gebäude sind sehr starke Emittenten von CO2, das ist bei weitem nicht die einzige Industrie, beginnt mit der Landwirtschaft, bei der Bekleidungsherstellung hin zum Transport und zu Automobil- und Fluggesellschaften und so weiter, aber jeder wird sein Schäufchen beitragen müssen, CO2 wird etwas kosten und das kann natürlich auch zu mehreren gesetzgeberischen Initiativen führen und da hängt es wiederum davon ab, wie viel am Ende eine Pflicht wird und wie viele Subventionen, also auch vom, oder geförderte Kredite es vom Staat geben wird. Das erste ist einmal, dass der Staat sagen kann, beispielsweise, wenn ein Haus einen schlechten Energiekennwert hat, dann gibt es eine höhere Steuer darauf oder du musst mehr CO2-Abgabe bezahlen. Und dann ist die Frage, zahlt das der Mieter oder der Vermieter, da kann der Gesetzgeber sagen, das muss der Vermieter bezahlen. Es gab auch schon weitere Vorstöße, dass beispielsweise gesagt wurde, dass die Heizkosten zumindest teilweise der Vermieter zahlen muss, ohne eine Änderung der Gesamtmiete und dass eben in diesem Fall, insbesondere bei energieineffizienten Häusern, der Vermieter entsprechend bestraft wird. Es kann auch sein, dass der Staat sagt, dass energetische Sanierungen verpflichtend sind und die können natürlich entsprechend teuer sein, beispielsweise, wenn du eine neue Heetzung brauchst, wenn du neue Fenster brauchst, eine energiegedämmte Fassade, ein energiegedämmtes Dach, das sind alles Investitionen, die in die Liegenschaft getätigt werden müssen. Sie erhöhen zwar fairerweise auch den Wert der Liegenschaft, das heißt, das Geld ist nicht weg. Sie erlauben dir grundsätzlich auch hohere Kaltmieten zu verlangen, weil natürlich dann die Betriebskosten für den Mieter geringer werden und er dann natürlich auch mehr Kaltmiete bereit ist zu bezahlen. Die Mieter interessiert am Ende die Gesamtbelastung. Und zusätzlich hast du natürlich auch noch das Thema, dass es dafür zumindest teilweise Subventionen oder subventionierte Kredite gibt, beispielsweise von der KfW und ähnliches. Aber es muss da klar sein, dass aus diesem Bereich mit ziemlicher Sicherheit angrenzender Wahrscheinlichkeit es die eine oder andere Form der Regulierung gibt. Ein weiterer Punkt, den man auch noch aufpassen muss, ist das Thema sogenannte Milieuschutz, Aufteilungsverbote und ähnliches. Das ist ja auch etwas, was in Deutschland immer mehr auf die Tapete kommt. Auch in Österreich gibt es teilweise sogenannte Gestaltungsbeiräte und alles Mögliche. Aber in Deutschland, beispielsweise in Berlin, aber auch in Frankfurt und anderen Städten wird es immer strenger. Das bedeutet beispielsweise, wenn du jetzt ein Mehrfamilienhaus hast, darfst du es nicht mehr in Einzelwohnungen aufteilen. oder wenn du jetzt sagst, ich habe zwei Wohnungen, darfst du sie nicht mehr zusammenlegen, weil das würde dann beispielsweise eine sogenannte Luxussanierung bedeuten. Das heißt auf jeden Fall mal eine eingeschränkte Fungibilität über dein Eigentum und deutlich mehr Red Tape, also Bürokratie. Das heißt ja noch nicht, dass alles nicht geht. Am Ende hat ja auch die Stadtinteresse, dass Wohnraum geschaffen wird. Aber es wird dauern, es wird mühsam und es wird kostenintensiv. Und dann gibt es noch eine weitere Waffe, die die Politik auch immer mehr zieht. Das ist natürlich sowohl bei Neubauten der Fall, aber die kann natürlich auch noch ergänzt werden, auch an Bestandsbauten. Denn das nennt sich sogenannte Gentrifizierung. Wird das umschrieben, dass du im Prinzip sagst, dass wenn du jetzt einen Neubau errichtest, musst du 25 Prozent der Wohnungen sozial verträglich vermieten oder eben Organisationen, die sozial verträglich vermieten, zur Verfügung stellen, zu einem deutlich geringeren Mietpreis. Die Möglichkeit besteht natürlich auch, das zuhört Bestandsobjekte zu machen. Das ist natürlich nicht sonderlich sinnvoll, weil es natürlich auch dazu führt, dass es zwischen den Bewohnern natürlich dann größere Reibereien gibt, wenn zu große soziale Unterschiede sind. Aber das sei mal dahingestellt. Diese Ideen sind beispielsweise, wird auch in London heute verlangt. Also wir sind hier in Deutschland oder in Österreich bei weitem nicht auf weiter Flur allein. und hier können natürlich auch die Auflagen diesbezüglich deutlich verschärft werden. Auch das wird natürlich dazu führen, nicht dass Wohnen billiger wird, sondern dass Wohnen noch teurer wird. Beispielsweise ein Entwickler, der natürlich einen Teil der Wohnungen sozial verträglich vermieten muss und daher diese Wohnungen weniger wert sind, muss natürlich um ein Geschäft zu machen, natürlich dann die Neubauwohnungen noch viel teurer verkaufen. Das heißt, das führt auch nicht insgesamt zu mehr leistbaren Wohnraum. Auch da ist einmal dahingestellt. Aber das sind alles mal Elemente, mit denen wir uns in den nächsten Jahren vermutlich beschäftigt werden müssen. Ein weiteres Thema ist natürlich noch die Einschränkung von steuerlichen Vorteilen oder auch die Einführung neuer Steuern. Das kann natürlich mit Vermögenssteuern beginnen. Das ist natürlich etwas, was nicht nur Immobilien betrifft, aber natürlich auch Immobilienbesitzer, weil es natürlich eine Steuer ist auf dein Vermögen. Wie der Vermögensteuer berechnet wird, hängt auch davon ab, wie du solche Dinge reduzieren kannst, umgehen kannst und Ähnliches. Aber hier gibt es sicherlich Möglichkeiten, über Niesbrauchsrechte, Wohnrechte und Ähnliches natürlich diesen, solchen Steuern entgegenzuwirken. Hängt aber am Ende vom Gesetzgeber ab, wie man es umgehen kann. Das nächste Thema ist natürlich auch eine Reduzierung der Abschreibungsmöglichkeiten, die ja in Deutschland ohne dies schon begonnen wurde, indem nicht mehr 80% des Kaufpreises akzeptiert wurde, sondern der Bodenrichtwert als Maßstab genommen wird. Und das bedeutet, dass in sehr teuren Regionen wie Frankfurt oder Berlin oder München oft nur mehr 20 oder 30% überhaupt der Wert des Bauwerks sind und nur mehr 70% der Wert des Grundstücks, den du dann natürlich nicht abschreiben kannst. Auch das hat ja schon begonnen, ganz unmerklich. Und dann kann es natürlich auch sein, dass gewisse steuerliche Vorteile, beispielsweise beim Share-Deal von Immobilien oder auch beim steuerfreien Verkauf als Privatperson nach 10 Jahren abgeschafft werden. In Österreich wurde es ja bereits abgeschafft. Auch in Österreich konntest du ja noch vor einigen Jahren Immobilien nach 10 Jahren steuerfrei verkaufen. Das wurde aber abgeschafft und durch die sogenannte IMO-ESD ersetzt. Und auch hier sind die Krallen der Politik durchaus können in Zukunft spürbar werden. Vor allem natürlich da die Staatskassen klamm sind und Immobilienbesitzer und Vermieter natürlich eine deutlich geringere Lobby haben als Mieter. Und es gibt am Ende mehr arme Leute als reiche Leute. Und deshalb ist ganz klar, wohin die Reise geht und mit was man sich beschäftigen muss. Was hat das jetzt für Auswirkungen auf dich als Immobilienanleger? Also es ist ganz klar, die Anfänger im Geschäft, die Leute, die die Regulierung nicht verstehen und natürlich auch die besonders hoch geleveraged sind mit 110% Finanzierung, die ganz knapp finanziert sind, die werden in diesem Fall aus dem Markt geschmissen beziehungsweise auch in gröbere Probleme bekommen. Das heißt, Zwangsvollstreckung oder andere Thematiken. Während die größeren Immobilieninvestoren, die den Markt verstehen, die auch Möglichkeiten haben, unter Umständen eben sogar aus den Regulierungen Profit zu schlagen beziehungsweise diese über Rechtsanwälte und Ähnliches auch geschickt zu umgehen, die werden natürlich tendenziell profitieren, weil eines, was klar ist, was auch die Politik nicht ändern kann, solange die Nachfrage nach Immobilien in einer Region höher ist als das Angebot, wird am Ende der Markt seinen Weg bahnen. Egal wie. Und das bedeutet eben, dass es dann dieselbe Wohnung, je nachdem, ob sie vermietet ist, sozial verträglich vermietet, wie sie entsprechend gewidmet ist und so weiter, den einmal 3.000 Euro im Quadratmeter kostet und einmal 6.000 Euro im Quadratmeter. Das ist einfach, liegt an der Natur der Sache. Es bedeutet natürlich auch, dass eben dann sich irgendwelche Zwischenhändler organisieren werden, die vielleicht die unangenehmeren Dinge erledigen, beginnend mit Entmietungen vielleicht bis zum Verwalten von Ablösezahlungen oder ablöseähnlichen Zahlungen und so weiter. Das heißt, der Markt wird wieder etwas gräulicher im rechtlichen Sinne, aber all diese Themen werden auch in den nächsten Jahren vermutlich auf uns zukommen. Und wie kann ich mich jetzt als Anleger, als Immobilieninvestor darauf vorbereiten oder wie werde ich davon betroffen sein? Die Antwort ist relativ klar. Für Leute, die erst am Anfang sind, die 110% Finanzierungen haben, die keine Marktkenntnis haben, die sich mit all dem nicht auskennen, die werden entsprechend wegkonsolidiert oder teilweise auch pleite gehen, weil natürlich ein geringerer Cashflow durch irgendwelche Mietregulierungen senkt natürlich auch die Möglichkeit, einen Kredit zu bedienen. Gleichzeitig, um mit diesen Regulierungen fertig zu werden, um sie korrekt zu umgehen, brauchst du auf guten Rechtsbeistand und viel Marktkenntnis. Und am Ende wird sich das Geschäft verlagern und Anfänger werden es zunehmend schwerer anfallen, unbedarfte Anfänger, die sich vorher nicht mit dem Thema entsprechend auseinandergesetzt haben. Und ich glaube auf der anderen Seite, dass die Profis tendenziell sogar davon profitieren werden, je nachdem natürlich auch wie die Regulierungen gestaltet werden, aber insgesamt wird es hier eben eine Verschiebung geben und die einzige Möglichkeit, die du hast in diesem Fall, ist, dir möglichst viel Wissen anzueignen, eine solide wirtschaftliche Gebahrung zu haben, weil dann werden sich eben viele ganz neue Geschäftsmöglichkeiten ergeben, die eben dann auch durch den Immobilienhandel und Ähnliches, durch Entmietungen und so weiter und durch die geschickte Anwendung und Umgehung der Regulierungen, die kommen werden, die sich ergeben. In Österreich gibt es ein Beispiel, dass viele Leute mit Zinshäus-Handel sehr viel Geld verdienen und das sind alles Altbau-Zinshäuser, die dem strengen Mietrechtsgesetz unterliegen und dort werden eigentlich nur mehr Potenziale gehandelt, nicht faktische Cashflows und trotzdem gibt es viele Leute, die damit viel Geld verdienen. Das heißt, der Markt hat sich einfach nur verlagert und wenn man sich eben mietbegrenzte Märkte anschaut, sieht man eben auch, wo sich der Markt hinentwickelt und das ist eben der Wiener Markt für Altbauwohnungen und Zinshäuser, genauso wie beispielsweise Genf oder mietbegrenzte Wohnungen in New York City oder auch in San Francisco. Und was ist meine Erwartungshaltung? Was wird kommen? Also ich glaube, das, was manche über prophezeien, die komplette Enteignung, die Zwangshypotheken und jetzt die vollkommene Kontrolle aller Mieten, das glaube ich, wird es nicht kommen. Also es wird nicht der Orkan kommen, der alles wegfegt. Es schaut auch nicht danach aus, dass wir in Deutschland eine rot-rot-grüne Regierung haben. Da gibt es derzeit keine Mehrheit dafür. Auch in Österreich schaut es nicht danach aus, dass wir eine Linksmehrheit haben. Also diese Dinge, glaube ich, sind in weiter fern. Aber ich bin überzeugt, dass die Regulierungsdichte zunehmen wird und dass es eine Kombination sein wird aus sogenannten Energieeffizienzverordnungen, das heißt, dass die Häuser weniger CO2 ausstoßen dürfen, aus einer gewissen weiteren Regulierung und Beschränkung der Mieten und dass an gewissen Steuerschrauben gedreht wird, weil Deutschland, was Immobilien betrifft, und auch Österreich nach wie vor Steuerparadiese sind. Und ich glaube, mit diesen drei Dingen wird man leben müssen. Man muss sich auf sie vorbereiten und dann kann man auch in Zukunft gute Geschäfte machen. Wie ihr gesehen habt, um in den Immobilienmärkten zukünftig erfolgreich zu sein, bedarf es vor allem sehr viel Know-how. Und genau deswegen veranstalte ich am 21. März ein Webinar gemeinsam mit Roland Albes aus Braunschweig, der als Angestellter schon 30 Wohnungen hat. Und der wird euch auch zeigen, dass man auch als normaler Angestellter nach wie vor mit Immobilien ein passives Zusatzeinkommen aufbauen kann und finanzielle Unabhängigkeit erreichen kann. Aber der Roland hat sehr viel Know-how und dieses Know-how wieder mit euch teilen. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.